So, ähm, ja, heute ist, äh, der sechste. Das ist der Tag nach dem Spezial, nach, nach 57 Tagen. Und, äh, keine Ahnung, also... Ich will ja eigentlich aufhören mit Daily Vlogs, aber... Dann bekommt man so coole Kommentare wie, ähm, von dem Puxi, mach doch weiter wie vorher. Also davor, weil ich gesagt habe, ich wollte ja nur noch zwei- bis dreimal Woche, äh, Vlogs machen. Naja, ähm... Okay, Leute, ich versuche es. Ich versuche, Daily Vlogs weiterzumachen, aber ihr dürft nichts Großartiges... Großartiges verlangen. Wenn mal nur eine Minute kommt, wo ich über irgendwie einen Scheiß rede oder über gar nichts rede, dann müsst ihr das akzeptieren. Es wird nichts Besonderes kommen, wenn nichts Besonderes ist. So ist das halt, dann... Vielleicht ist mir dann mal langweilig, oder ich mache irgendein anderes Video, was da reinkommt, dann ist es halt kein Vlog. Ähm, dann ist das so ein, ja, so ein Ersatz für den Tag, sagen wir mal so, ne? Ähm, ich versuche es. Und, ja. Ja, das war ein Gedanken, so. Da würde ich sagen, das war's für heute, ähm, schreibt mal doch bitte in die Kommentare so ein paar Vorschläge oder so, über was ich reden soll, oder, ja, keine Ahnung, wie gehen die Ideen langsam aus. Ähm, naja, da würde ich sagen, wir sehen uns morgen und haut rein. Ciao. 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 Ciao.